Nachdenkseiten. Die kritische Website. Die politische Weltkarte wird neu gezeichnet. Ein Artikel von Georg Auernheimer. Imperiale Kriege haben meist grundlegende Veränderungen der politischen Landkarte zufolge. Ein Beispiel dafür ist der eiserne Vorhang, der den Ostblock für gut vier Jahrzehnte vom Rest der Welt trennte. Für die Älteren unter uns bestimmte er die geografische sogenannte Mental Map. Aber dieser Vorhang ist, von kaum jemandem erwartet, gefallen. Inzwischen zeichnet sich eine neue, epochenmachende Änderung der politischen Weltkarte ab. Der Wirtschaftskrieg, mit dem die westliche Allianz seit 2014 die russische Föderation in die Enge zu treiben versucht, hat die russländische Führung gezwungen, die wirtschaftliche Kooperation mit der Volksrepublik China zu suchen. Vorläufiger Höhepunkt der Annäherung war der dreitägige Staatsbesuch des chinesischen Präsidenten vom 20. bis zum 22. März in Moskau. Gegenwärtig geschehen Veränderungen, wie sie seit 100 Jahren nicht geschehen sind, meint Xi Jinping. Und vermutlich hat er recht. Alles deutet darauf hin, dass sich Russland in Zukunft nach Osten hin orientieren wird. Und zwar verbunden mit der Abwendung vom übrigen Europa, wenn die Europäische Union weiter an ihrem Konfrontationskurs festhält. Aufmerksamkeit verdient dabei, dass man nicht nur die wirtschaftlichen Verbindungen gekappt hat, sondern auch bemüht ist, die kulturellen Kontakte einzufrieren. Es scheint auch gelungen zu sein, das Feindbild Russland, gestützt auf alte Stereotype, neu aufzufrischen. Wird hierzulande die Fremdheit jenes multiethnischen bis zum Pazifik reichenden Landes beschworen, so braucht man sich über Entfremdung von der anderen Seite nicht zu wundern. Eine historische Reminiszenz lässt ahnen, wie sich Russland auf lange Sicht von uns entfernen mag. Napoleon, das Kuckuckskind der französischen Revolution, hat das feudale Europa ziemlich radikal umgestaltet. Auch nachdem die alten Mächte im Wiener Kongress 1815 seine eigenwilligen Staatsschöpfungen wieder rückgängig gemacht hatten, blieb der Kompass des Habsburger Reiches neu ausgerichtet. Der konservative österreichische Schriftsteller Raoul Auernheimer, der von 1876 bis 1948 lebte, schrieb in seiner Metternich-Biografie, Zitat, Was Napoleon in den ersten zehn Jahren seiner unerhörten Ruhmeslaufbahn mit Österreich gemacht hatte, war nicht weniger, als dass er es beim Genick gefasst und in den Winkel von Europa gestellt hatte, mit dem Gesicht nach Osten. Vor zehn Jahren noch hatte Habsburgs lange Arm über Deutschland hinweg in die Niederlande gereicht. Dieser Arm hatte die deutsche Kaiserkrone gehalten, die linksrheinischen burgundischen Besitzungen. All das gehörte jetzt der Vergangenheit an. Österreich hatte Belgien und Holland aufgegeben, die Kaiserkrone fallen lassen, Burgund verloren, Zitat Ende. Wer von heute verbindet Österreich gedanklich mit Holland oder Burgund? Seine Zuwendung zum Balkan und nach Osteuropa erscheint uns quasi Naturgegeben. Sie kam nach 1992 österreichischen Unternehmen und Banken zugute. Dem europäischen Kapital insgesamt hat Österreich als Brücke zu den dortigen Märkten gedient. Die Verschiebung der Außengrenzen von EU und NATO hat die Erweiterung verstetigt. Auch unser Erfahrungsraum ist um eine neue Dimension erweitert worden. Dafür rückt Russland weg von uns. Und vermutlich auf so lange Sicht, dass es womöglich für die nächsten Generationen, zumindestens für die kommende, ein fremdes Land sein wird. Noch im September 2001 hat Putin im Deutschen Bundestag mit viel Beifall bedacht für eine umfangreiche und gleichberechtigte gesamteuropäische Zusammenarbeit plädiert. Er warb damit, Zitat, dass Europa seinen Ruf als mächtiger und selbstständiger Mittelpunkt der Weltpolitik langfristig nur festigen wird, wenn es seine eigenen Möglichkeiten mit den russischen, menschlichen, territorialen und Naturressourcen sowie mit den Wirtschaftskultur- und Verteidigungspotenzialen Russlands vereinigen wird. Zitat Ende. Und er zeigte sich zuversichtlich, dass man dabei sei, die Voraussetzungen zum Aufbau des europäischen Hauses zu schaffen. Das ist inzwischen Episode, eine historische Randnotiz. Die russische Föderation wendet sich gezwungenermaßen der Volksrepublik China zu. Der gegenseitige Handel habe sich im vergangenen Jahr um 30 Prozent auf 185 Milliarden US-Dollar erhöht, so Putin. Damit nähert man sich schon dem bisherigen Handelsvolumen der EU-Staaten, das im vergangenen Jahr bei 250 Milliarden Euro lag. Die wirtschaftliche Kooperation zwischen der russischen Föderation und der Volksrepublik China bietet ähnliche Chancen für beide Seiten, wie sie die Kooperation mit Westeuropa geboten hätte. China ist dabei, zum Hightech-Land zu werden. Und die russische Föderation kann mit ihrem Reichtum an Rohstoffen und Energieträgern punkten. Die Landwirtschaft in den weiten Russlands ist von großer Bedeutung für Chinas Ernährungssicherheit. Der Agrarhandel mit China ist um 41 Prozent gewachsen. Beide Länder, vor allem das bevölkerungsreiche China, bieten verheißungsvolle Absatzmärkte. Schon jetzt soll jeder dritte Neuwagen und fast jeder zweite Laptop auf dem russischen Markt aus China kommen. Vielleicht gelingt es der russischen Föderation in der Kooperation mit der Volksrepublik, den Extraktivismus, also die starke Angewiesenheit auf Rohstoff, Öl und Gasexporte, zu überwinden. Die jetzt verabschiedete Erklärung zur »Vertiefung der umfassenden strategischen Partnerschaft« lässt sich als symbiotische Ergänzung der beiden Volkswirtschaften interpretieren. Man kann aber auch das technologische Ungleichgewicht herauslesen. In einem im Schrifttext verlinkten Beitrag auf merkur.de liest man, Zitat, Gerade mit seiner extraktiven Wirtschaft ist die russische Föderation aber stark auf die Partnerschaft mit China angewiesen, nachdem der europäische Markt verschlossen ist. Die Versorgungsleitungen und Verkehrsverbindungen, also Pipelines, Straßen und Eisenbahnen, will man daher erklärtermaßen ausbauen, unter anderem um die Lieferketten funktionstüchtiger zu machen. Die 2019 in Betrieb genommene Erdgaspipeline Kraft Sibiriens soll um eine zweite Pipeline ergänzt werden. Kraft Sibiriens 2 mit einer Durchleitung von 50 Milliarden Kubikmetern Gas pro Jahr wird dann Nord Stream 2 ersetzen. Dass sich das Gesicht Russlands, um das Bild aufzugreifen, nach Osten wendet, das hat also eine materielle Basis. Mit dem schrittweisen Übergang zu den eigenen Landeswährungen im Geschäftsverkehr wird ein klarer Schnitt gegenüber dem Euro- und Dollar-Raum gezogen. Schon in den ersten drei Quartalen 2022 seien 65 Prozent des Handels in Rubel und Juan abgewickelt worden, erklärte Putin. Es heißt also Bye-Bye Russians. Dos Vedanya können wir Ihnen vielleicht schon nicht mehr zurufen, weil Sie schon zu weit von uns entfernt sind und ein Wiedersehen in den Sternen steht. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.